Warte, ich krieg ihn vielleicht. Aber wer hat's halt? Ja! Hast du ihn gekillt? Ja! Wieso hab ich hier kein Schwert? First Blood! Weißt du, warum du das machen musst? Weil du so schön dabei in der Facecam rumhampelst. Juhu! Willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich dem epischen Battle in STT 2. Pssst! Weh! Er lacht nicht, stell dich vor! Oh, sorry, Leute. Ich hab ein halbes Herzschaden gekriegt. Ja, also es geht gleich los. Und es sind noch nicht alle Fragen geklärt, aber es ist scheißegal, das Spiel geht gleich los. Wir sind Team Pink mit dem lieben Höschen und dem lieben Elisabeth hier. Und wir heißen TooFab, TooFab. Richtig. Sexy, sexy. Ja, und ihr habt ja vielleicht schon mal Save the Treasure 1 gesehen. Ja, sorry, du darfst nicht reden. Und ihr findet übrigens in der Beschreibung dann auch die Erklärung davon. Also, wie das gespielt wird und so. Oh Gott, es geht gleich los. Erstmal hier Rüstung holen, oder? Okay, also jeder, einer. Ich hab bei gar nichts gerade, ne? Rennt einfach schon mal in die Mitte. Rennt in die Mitte. Okay. Hey, warte mal. Bekommt man keine Rüstung und so was jetzt? Nein, die kriegt man erst, wenn man gestorben ist. Das hab ich auch im Anfang nicht geschickt. Ja, ich hab nur noch zwei Hunger. Ich kann nicht mal rennen. Das ist beschissen. Oh, Kindchen. Du hörst nicht zu, oder? Nein, ich glaube nicht. Nein. Du hättest dir was zu essen holen sollen. Also, nein. Okay, ich hab Sachen. Ich hab schon mal einen Tierblock. Ich seh keine Kisten. Das ist da, Lukárt. Okay, okay, okay. Ich hab eine. Ich geh jetzt mal hier runter. Eisenschwert. Okay, okay, okay. Ich, äh. Okay, okay. Versuchen wir hier keinen zu nass. Vielleicht kann ich... Ah, ne, wobei, das bringt eigentlich gar nichts. Sehen wir ihn zu killen schon mal, oder? Ne, gar nicht. Komm mal da oben an die Kiste. Warte, ich probier mal eben da hinzukommen. Welche Kiste? Weißt du, noch keiner hat die hier? Oh, hier unten ist ne Kiste raus. Hier kommen wir ja gar nicht hoch. Lepus, Sunblock, Spawn, Blaze, Oz... Oh Gott, hey. Alter, wo sind die ganzen Kisten? Alter, ich spring grad irgendwo hin. Guck mal, ob ich hier was finde. Wer? Irgendwer. Sönke, Sönke. Ich hab nicht... Ja, egal. Sönke ist ein Rocksyrianer. Okay. Oh, what? Wie viel Leben... Wie wir nicht... Oh Gott, wie wir nicht essen. Ist ja voll schön Argus. Lekt mir am... Dings, ne? Okay, dann lass uns schon mal ein bisschen entfernen. Ich würde so langsam... Ja, ich latsch dir mal einfach hinterher. Aber so krass viel Zeug ist hier scheinbar auch nicht. Ich hab Leitern gekriegt und Schilder. Ist vor allen Dingen nix nützliches irgendwie. Ja, ich hab ein Eisenschwert gekriegt. Also ich bin zufrieden. Mit Lapis kannst du noch verzaubern. Ja, und so ein Blaze-Bonner ist natürlich auch ganz geil. Stimmt, wir sind ja in der 1,8. Ja, mal ganz kurz ne ganz, ganz dumme Question. Wo seid ihr denn hin? Wir sind hier nach hinten gerannt. Nach hinten, ach, das ist aber... Nach hinten ist, äh, ja, sehr eindeutig. Warte, 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 warte. Ja, bei uns fällt bei Pink vorbei, oder? Ne, ich glaub nicht. Also das ist so diagonal sind wir gelaufen. 283, äh, 64 sind wir. Oh mein Gott, das ist ja heute hier Koordinatentechnik. Du hast minus 200... 83, 66. Ich weiß nicht, soll ich die Tiere mit dem Eisenschwert töten, oder ist das ne Verschwendung? Äh, würd ich schon sagen, wenn du eins hast. Ich mein, sonst müssen wir's mit der Eisenschwert-Tacke machen. Der hat auch ein Eisenschwert, oder? Ja, ja. Soll ich mal da hin gehen? Soll ich jetzt mal drauf gehen? Oh, da sind Leder fallen lassen. Ich hab nen Helm! Warte mal, seid ihr noch in der Area drin hier, ne? Sicherheitshelm, doch, du bist immer mit drin. Warte, ich krieg ihn vielleicht. Oh mein Gott. Hey, wieso... Hast du ihn gekillt? Ja! Wieso hab ich hier kein Schwert? Hä? Foss Blut. Wieso ist das Schwert nicht hier? Ähm, weil da... Werden die Sachen nicht fallen gelassen und sind dann weg? Oder so? Hä? Stimmt, dann können die Leute sich gar nicht over-upfen. Das ist ja voll assi, ja, wo? Oh mein Gott, hier sind noch voll viele Kisten. Achso, das sind die Starter-Kisten von... Naja, das sind die Starter-Kisten. Team Rot? Warum hat Team Rot seine Blöcke nicht mitgenommen? Hä? Da bringt das doch gar nichts. Hä, wollen wir die mitnehmen? Ich wollt grad sagen, können wir die jetzt nicht einfach mitnehmen? Was denn? Die Starter-Kisten? Achso. Die Blöcke von denen. Hä? Aber ist das nicht ein bisschen assi, das einfach mitzunehmen? Ich glaub... So, und jetzt einfach wieder hinsetzen. Weiß ich nicht. Hä, nein, das kann man doch nicht bringen. Hä, klar, wir sollen die einfach mitnehmen. Nein, das geht gar nicht. Hä, warum? Das ist voll assi, das darf man nicht. Egal, komm mit, komm mit. Verschwinde! Okay, warte, ich kann nicht mehr rennen. Ah, scheiße. Ja, aber was bringt denn das? Die können ihre Sachen doch jetzt... Wir müssen die wieder hinsetzen. Das ist sonst voll assi, das geht gar nicht. Hä, die haben sich mitgenommen Pech für die, hallo? Ja, nein. Haben wir jetzt aber dann zwei Schätze, oder was? Aber das ist unfair, die können doch jetzt gar nichts mehr machen. Halt zu unseren Schatz bitte in der Mitte lassen. Ja, aber jetzt können wir die ja theoretisch bei denen platzieren. Hä? Ja, eigentlich schon. Siehst du, du musst den da lassen, das geht nicht. So ein Quatsch. Das ist ja wohl assi, sowas kann man ja nicht bringen. Das ist nicht assi, das ist einfach nur nicht nachgedacht. Nee, hör mal auf. Ja klar, hallo, das geht darum, die Blöcke wegzumachen. Ja, ja, aber das ist ja klar. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle mit Eisen und Kohle. Oh ja, das ist geil, okay. Ich würde sagen, solange es hell ist, sofort los. Aber lass uns auch auf jeden Fall ein bisschen Holz mitnehmen. Perfekt, dass ihr euch schon wieder verloren habt. Ja, ich bin schon am Kohle, Min. Okay, das ist super, gut. Ähm, ich versuche noch hier ein bisschen Tiere mitzunehmen. Was liegt hier bitte rum? Wir bringen Hasen auch Fleisch? Ja. Das geht ja schon aus der Mitte raus. Und Schafe bringen in der 1.8 auch Fleisch. Ja, genau. Also einfach alles umbringen, was sich bewegt. Außer uns. Das wäre ganz nice. Oh mein Gott, hier ist so viel Eisen. Okay, ihr könnt ja ansonsten schon mal so Öfen bauen und so ein Gedön. Das dürfte eigentlich alles gut sein. Ich habe lustigerweise nur Kohle und kein Cobblestone. Also ich habe schon mal Diablock. Hey. Wir können uns eine Diashaufel machen. Wow. Meinst du einen Diamanten oder einen Block? Einen Diablock. Einen ganzen Block? Da sind ja neun Diamanten, da können wir alles mögliche draus machen. Neun Diamanten? Achso nein, ich meine diesen normalen Block, den Rohblock quasi. Achso. Ach so ein Erz. Ich wollte gerade sagen, Diamantenblock wäre ja jetzt nicht schlecht, ne? Ja, das wäre schon sehr heftig. Und ich habe ein Buch, das ist auch ganz gut. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Hier unten in der Höhle. Ja. Wo ist denn die Höhle? Das große Loch. Habt ihr eigentlich schon Level oder so? Cool. Ah doch, ja, ich sehe euer Name. Okay. Ich mache mal gerade. Habt ihr schon Stein? Ja. Sie könnt ihr mir vielleicht eine Steinachs gerade machen, weil dann gehe ich schon mal ein bisschen Holz hacken? Ich habe kein Holz. Aber ich kann dir drei Steine geben, warte. Ja, ja, das wäre super. Holzacken. Ich mache mir mal kurz so ein total erotisches Steinschwert. Braucht noch jemand eins? Nö, ich habe ein Eisenschwert. Ja, bitte. Okay, ich mache dir auch mal eins. Ich mache mir auch gleich ein Eisenschwert, wenn du mir einen Ofen machst. Ja. Oh, ich kann mir selber einen Ofen machen. Ach, bin ich dumm? Ich habe mir eine Steinachs gemacht. Du bist der Oberschick. Eine Hacke meine ich natürlich. Ich brauche nochmal drei, bitte. Da sind welche. Vielleicht sollten wir uns hier nicht niederlassen. Nein, nein, das würde ich jetzt nur kurz machen, um mir Sachen zu craften. Kannst du mir nochmal drei geben eben? Ach, wir haben ja noch gar keinen PvP. Steine, ich habe keine mehr, Entschuldigung. Aber ich kann dir welche besorgen, warte. Ja, ja. Warte kurz. Butler James ist auf dem Weg. Moment mal, soll ich mal... Ich gehe mal hier gerade rum und suche ein bisschen Essen und so, ne? Ja, vielleicht findest du auch Bambus oder sowas. Habe ich gefunden. Ja, das ist geil. Und Gravel immer mitnehmen. Ja. Weil wir brauchen ein Feuerzeug. Ich werde ein Feuerzeug haben. Dankeschön. Okay, ist sehr gut. Dann gehe ich mal... Dann gehe ich mal... Ja, wirklich. Ich gehe richtig ab auf Feuerzeug. Okay, und wir müssen uns unbedingt Essen machen. Also das ist vielleicht erstmal wichtiger als Eisen. Weil hier können auch jedes Mal Leute vorbeikommen und uns das einfach wegnehmen. Das wäre natürlich nicht so geil. Darf man denn... Darf man denn... Ich bleib mal hierbei. Ich weiß, wo Team Rot ist gerade. So ganz grob gesagt. Okay. Ähm... Wenn es dunkel wird, ne? Ja. Ganz blöde Frage. Ja. Was machen wir? Hä, wie? Der Schatz wurde entfernt. What? Hä? Ich blick noch nicht so ganz durch, ne? Das ist Team Rot. Das ist da, wo ich den Schatz weggebaut habe und dann wieder hingeframt habe. Aber wie gesagt habe, ich soll ihn wieder hinmachen. Und die haben jetzt gerade erst mitgenommen. Weiß ich nicht. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Hat noch jemand Essen und dann einfach in den Ofen schmeißen und Eisen raus. Ah ja, habe ich. Okay. Ich bin gerade in so einen neuen Höhlen hier drin, ne? Ich glaube wir sollten auch unter Tage gehen, wenn es hier dunkel wird. Ja. Lass uns die Sachen einfach mal kurz mitnehmen und dann ist gut. Weil ich habe jetzt auch genug Gedöns hier mit Holz und sowas. Lass uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen... Oh, das ist ein Creeper. Lass uns am besten einfach mal ein bisschen Fackeln machen und so ein Gedöns. Ich habe kein Holz, sonst würde ich welche machen. Ich habe nämlich genug Kohle. Ja, ich habe Holz für dich. Warte. Okay Leute, ich komme mal zu euch wieder. Ja, Achtung, hinter dir ist noch ein Creeper, ne? Ja, ich weiß. Ein Creeper, Creeper. Ein Creeper kam herbei. Okay. So. Cute Cute. Ähm. Ja. Nimm mal ein paar Fackeln. Okay, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, glaube ich nicht. Also in der Höhle ist nix. Die geht einmal wieder hoch. Ach und ich habe eine Angel. Wir haben gewonnen. Yeah. Also hier, ey Jungs, Mädels. Hier wo ich gerade bin, da haben wir dick Höhlen und sowas. Ja. Okay, dann lass uns da hingehen. Ich bin quasi gleich wieder bei euch. Aber ich brauche erstmal Essen. Ähm. Ja, wir haben ja mehrere Essen. Habt ihr davon? Hauptsache 10.000 Creeper. Aber die müssen wir eigentlich gar nicht kaputt machen. Also TNT ist jetzt nicht so sehr wichtig. Ne, glaube ich auch nicht. Wollt ihr mir Essen geben gleich jetzt mal? Ja. Wo hast du denn die Höhlen? Okay, lass uns da bitte reingehen. Ja, kommt mal mit. Die sind einfach hier direkt unter uns. Sind zwei oder eine und dann da bei diesem Sand gedöhnt. Ah, ich hab keine. Ja, ich auch nicht. Deswegen. Hier unten ist einer. Hier ist einer. Ah, wenn ihr hier reingeht. Ja, okay, dann geht's auch. Ah, hier ist noch was? Oder? Nö. Einfach direkt vorbei. Wir könnten noch welche von den Spinnen mitnehmen. Weil wir brauchen unbedingt Pfeile. Ich brauche jetzt Essen. Weil ich habe noch einen Hungerball. Wo willst du? Wo bist du denn? In der Höhle rein. What the fuck? Ah ja, okay, warte. Ich kann dir wohl gerade nur Ruhesachen geben. Hast du sonst was, Hose? Ich hab... Äh, ja, ich hab... Also ich hab noch Hunger und deswegen kann ich... Aua. Wo bist du denn? Nimm das Wienchen. Dankeschön. Ich hab aber jetzt auch gleich nichts mehr zu essen. Also... Äh, ja, dann lass uns den Ofen einfach mal kurz... Hä? Das ist ja gar keine richtige Höhle. Ja, genau. Okay, dann lass uns einfach nach unten bauen. Egal, aber das reicht als Base, um sich nach unten spawnen. Hier, pack mal einer das Essen da rein, was er hat. Okay, warte. Ja, mach ich einen Moment. Ähm... Ich hab ein Spawn Blaze-Eye übrigens aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist doch schon mal... Sexy. Okay, warte. Das ist so ein Special-Stein. Das hat was. Achtung, Zombies, 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 Zombies. Wollen wir das denn erstmal ein bisschen zubauen, dass sie uns nicht die ganze Zeit nerven? Wäre ne Idee. That's, äh... Sounds like a... Oh, hier ist Gravel, weil du meintest wegen... Ja, Gravel ist super. Also das auf jeden Fall mitnehmen. Ich find das nur verwirrend, dass dieser eine Stein fast genauso aussieht wie Gravel. Ja, das ist voll richtig. Das ist ein bisschen heißer. Ach, so ne... Hat irgendjemand... Äh... Ich kann mal in sein Beine machen. Schaufel? Ja, ja, genau. Dann kann ich mir den Gravel abbauen. Okay. Ich hab noch 10 Eisen. Ich würde sagen, wir machen am besten verschiedene Gänge. Also, wenn wir ne Höhle gefunden haben, könnten wir dann in so verschiedene Gänge gehen, damit wir es den anderen auch schwerer machen, die ganzen Sachen zu filmen. Äh, ich hab 5 Eisenbarren. Soll ich Schwerter machen? Zwei schon mal? Ähm... Ähm... Ist jetzt die Frage, ob wir jetzt die Schwerter verzaubern wollen, also die Eisenschwerter, oder ob wir uns DIA-Schwerter machen wollen. Ich glaub, DIA wär früher oder später besser, oder? Also, ich mein, es macht nicht so krassen Unterschied. Also, bei Rüstung macht's größeren Unterschied, als jetzt bei Schwertern. Also, können wir das auch erstmal so machen. Also, mach erstmal die Eisenschwerter. Okay, ich... Ey, du wirst dich freuen, ich hab deinen Flint. Yes! Äh... Dementsprechend. Gewonnen! Boah, wo wir grad mal hier so einen Moment... Oh, warte, ich hab Afflind! Yeah! Ich baue einfach mit dem DIA-Block hier ab. So, la la la, rich bitch! Ich baue mal hier neben dir einfach noch ein bisschen runter, ne? Okay. Ja, gut. Äh, ich komm gleich nochmal hoch, um mir ein bisschen Essen zu holen und so'n Gedöns. Oder, äh, Hose kommen uns gleich entgegen. Das ist krank. Beziehungsweise, ich hab Essen dabei, ich kann dir was geben. Ah ja, das wär auch ganz gut. Ja, ja, weil ich hab jetzt noch einen Apfel, ich musste die restlichen auffressen. Weil ich so ne verfressene Sau bin. Hm, hm, hm. Deswegen ist es jetzt ein bisschen kacke. Aber ansonsten können wir einfach ein bisschen Bäume abfällen und dann fällen wir früher oder später auch wieder was davon. Dann ist das wieder im Ort. Ich bleib mal hier oben in der Nähe von dem Ofen, damit keiner uns einfach den Ofen leerräumt oder so. Okay, ja. So, äh, trotzdem nochmal. Ich hab hier grad ne Höhle gefunden. Yay! Okay, warte, dann komm ich nicht mehr zu dir, oder? Aber erstmal nehm ich mir Flint mit. Ja, erstmal muss ich nochmal kurz hochgehen, weil ich hab noch 10 Eisen in der Tasche stecken. Oh ja, ich hab noch mehr Eisen. Ja, warte, aber dann nimm eins mit. Weil ich hab noch mehr. I will take your Eisen with me. Ja. So, warte. Oh. Das Gravel hab ich fast getötet. Warte mal, diese Aufbauphase, ne? Die dauert doch jetzt ne Stunde, glaube ich, oder so. Genau. Also, nur für meine Zuschauer, die ja den ersten Teil des Projekts nicht kennen. Dann könnt ihr einfach bei Lissi vorbeischauen und euch alle Parts angucken. Nein. Steht übrigens in der Videobeschreibung. Danke. Ja, aber ich find das auch schon bei mir vorbei, weil ich hab länger gelebt als Lissi, also deswegen passt das schon. Hör mal. Oh, ne, jetzt erst recht nicht, weil du gespoilert hast. Echt mal. Alles kaputt gemacht. Ja, das ist ja der Punkt, vielleicht hab ich länger gelebt als Lissi. Vielleicht auch nicht. Du hast ja jetzt schon gespoilert, also von daher. Naja, aber das weiß nicht, ob ich die Wahrheit gesagt hab, ne? Ja, das ist immer so, weißt du, so ein bisschen schlicky unterwegs zu sein und immer Sachen zu sagen, die vielleicht stimmen, vielleicht auch nicht. Das macht die Sachen spannender. Das ist dann die Sache wahr. Gut ausgeredet, oder? Ne, jetzt hier, wir haben trotzdem echt verdammt wenig Essen, da wollte ich mal kurz anmerken. Ja, gut, aber das dürfte eigentlich nicht so ein heftiges Problem sein, denke ich. Also wir müssen einfach nur gleich nochmal an die Oberfläche gehen, dann holen wir uns vielleicht noch ein bisschen Holz und Viecher. Ja, sobald's halt Tag wird, soll ich dann oben bleiben und ein bisschen drauf aufpassen? Ja, klingt gut, dann bauen wir uns hier in der Höhle. Aber da hast du, hast du, hast du zwei Eisenschwetter gemacht eigentlich? Nein, hab ich nicht, soll ich? Ja, dann, ich mach eins mit mir eins. Ja, ja, mach ruhig. Dann mach du dir eins, ne, mach du dir eins, ich mach mir auch eins. Okay, ich geb dir mal hier die vier Eisen, ich brauch die jetzt eigentlich nicht. So, ich guck jetzt mal grad auf welcher Höhe ich bin. Geh ich mal noch weiter in die Tiefe. Ähm, ja. Was bringen eigentlich, äh, bringen Schneebälle irgendwas? Äh, ja, du kannst Leute damit wegkicken. Bringt mega viel. Okay, sie bringen also nix. Aber wir können einen Eisblock draus machen, der sieht schön aus. Hey Lolisti, warum baust du dich hier weiter runter? Ähm, weil ich gleich Strip malen will. Uh. Okay. Ähm, hast du noch ne Spitzhacke dabei vielleicht für mich? Oh Gott. So ne Steinspitzhacke, weil ich will jetzt nicht die Eisenspitzhacke, ähm, verschwenden. Nope. Ich hab gar nichts dabei. Ich hab nur meine Eisenspitzhacke dabei, mit der ich jetzt durch die Höhle laufen werde. Das ist ja nicht so gut. Und mal nach, äh, Items. Ähm, hast du denn genug Holz vielleicht? Ah, shit. Ah, warte ich hab ne Workbench, okay, passt schon. Warte. Auch noch Holz zur Not. Ich kann euch was in eurem Schacht runterwerfen da. Schacht. Ja, das sieht aus wie ein Schacht hier. Ja, man müsste das eigentlich so cool mit Wasser machen. Das wär richtig stylig gewesen, wo man sich runterfallen lassen kann. Kohle. Yay. Lol, ich hab ne einzelne Blume gerade hier in der... Oh ne. Das bringt Glück. Wir brauchen mal hier paar Blöcke ab, weil ich glaub Blöcke werden wir Flur später eh brauchen. Ja, ja. So, Kohle, endlich. Ich hab auch Tonnen Kohle gerade. Oh, draußen ist nun immer noch Nacht. Haben wir vielleicht auch so einen Countdown, der dann alle fast 15... Ne, haben wir nicht, ne? Doch, nein, schon. Ich hab doch gefragt. Achso, stimmt, genau. Hör mal, hörst du eigentlich nicht vor, oder was? Ich war gestern auf dem Fasching. Tut leid, ich bin doch nicht mehr ganz auf der Höhe wahrscheinlich. Fasching? Auf jeden Fall auf dem Fasching. Auf dem Fasching drauf. Ja, auf dem Fasching drauf. Bin ich so der... Näh, ich muss das jetzt auch nicht unbedingt haben. Na, Fasching ist schon richtig geil. Sonst feiern find ich ja ganz nice, aber ich muss jetzt nicht unbedingt die Karnevalsmusik immer tragen. Es gibt ganz gute Karnevalsmusik, aber die spielen meistens nur die scheiß Karnevalsmusik. Je nachdem, was für Musik man halt so ein bisschen steht. Ich feier ganz gerne, ohne mich zum Affen zu machen dabei, aber für Karnevalisten ist das ja auch geil. Also ich mach mich sowieso oft genug zum Affen und... Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht magst. Ich brauch keinen Karneval, um mich zum Affen zu machen. Das stimmt. Wir sind aber gleich eigentlich auf einer ganz guten Höhe, wie ich das sehe. Alter, ich glaube, ich kann hier richtig krass nach unten gehen und... Ja, ich weiß jetzt, das ist so geil, dass ich alleine in der Hülle rumschlawenzeln, aber ja, gut, egal. Jetzt schweigelt. Oh shit! So wie ich verstanden hab, wenn wir sterben, was passiert mit den Items, die wir im Inventar haben? Nix, ne? Ne, die können wir dann noch holen. Wenn und sich jemand anders tötet und alles mitnimmt. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz normal. Weil ansonsten kommen wir ja einfach nur wieder beim Spawn raus und haben dann plötzlich dieses Starter-Kit. Ich dachte grad, das wär jemand gestorben, weil das sonst immer das Sterbe geworden ist. Also jetzt mal ne ganz, jetzt mal ne ganz, ganz dumme Frage. Ja. Ihr habt ja auch keine Eisenrüstung seit dem Start, ne? Ne. Ne. Warum hat man sie dich einfach kurz töten lassen, dass sie das mit Eisenrüstung direkt hatte? Ja, ja, die haben ja gesagt, man soll das nicht machen, weil es... Weil man nur diese blöde Eisenrüstung kriegt, so diese Fein-Rip-Version von Eisen, weißt du? Alles klar. Damit die Poren atmen können. Wie gesagt, ich hab einfach vorher überhaupt mal gar nicht zugehört und äh... Hab ich gemerkt! Äh, wir haben 28 Eisen, soll ich irgendwelche Rüstung raus machen oder irgendwelche anderen Tools, Waffen, Schwerter, irgendwas? Äh... Ähm... Was brauchen wir denn am ehesten davon? Also ein Feuerzeug kannst du schon mal gerne machen? Oh shit. Okay, Feuerzeug. Also ein Flint, ein Eisen? Ja, ja, hab ich. Okay. Alter, wie dumm, wie dumm. Oh mein Gott. Okay, wir müssen ein paar wenden. Ah! Oh mein Gott! Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Es geht spannend weiter. Bye!